Jo, wunderschönen guten Tag mit meinem Sprungenspritzer Crown hier am Start und Jo meiner, wir machen heute auf jeden Fall ein leckeres Trade-Up zur AK-Hydroponic. Zeigen dem Giorgio mal wie das funktioniert, weil der es irgendwie nicht hinbekommt. Stimmt's Giorgio? Ja ja, hoffentlich bringst du den Fail, guckt es euch an Freunde, Duell-Baretas, Kobold-Cares, die hat er auf jeden Fall gekauft, wie das Trade-Up, da ist er jetzt schon salzig, weil wir es ihm zeigen, Freunde, da haben wir noch gar nichts gesehen, Freunde, da ist er jetzt schon salzig. So, was machen wir hier auf jeden Fall, auf jeden Fall die Burg muss am Start sein, so, 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 zack, eine fette Fahne muss da drauf, ist natürlich auch sehr wichtig, der Giorgio darf hier wieder hinstehen und Penis rufen, so wie bei den letzten Trade-Ups, da kommt eine Sprechblase, da kommt Penis rein, so, dann machen wir hier noch für den Burak einen kleinen Schubkarren hin, so, da haben wir einen kleinen Schubkarren, das ist sehr rassistisch, dass der Türke wieder die Schubkarren schieben muss. Das ist natürlich nationalitätsunabhängig, es ist egal, was der Burak wäre, er wäre so der Schubkarren schieber, weil es halt der Burak gibt, ja. So, Freunde, vielen Dank. Darf natürlich hier auch mit auf Start sein, der Burak, wir machen auch noch, okay, Burak verdeckt jetzt toll, Burak, auch wenn du versteckst du die Lucky Box, bin ich jetzt nicht cool von dir. Gut, Freunde, jetzt ganz fix, werden wir ihm zeigen, was das lang geht hier. Ich habe hier überhaupt gar keine Bedenken, ja, die AK wird es auf jeden Fall safe werden, garantiert, ohne irgendwie hier groß rum zu flachsen, das wird die AK und da haben wir sie, easy, Freunde, easy, absolut easy, überhaupt kein Problem, easy, bloß gemacht, ja. Na, es geht jetzt, Glückwunsch. Hier, Fact Review, hast du gut aufgepasst für die Zukunft? Ganz easy haben wir alles gemacht, Freunde. Mich stört das echt kein bisschen, ich weiß gar nicht, was du von mir willst mit deinem Low Inventory, Alter. Ja, Freunde, da wird er weg, da wird er weg. Ne, geil natürlich, dass wir es geschafft haben, wir haben 75 Dollar ausgegeben für das Trade-Up und haben jetzt 140 Euro gemacht, das sind so ungefähr 150 Dollar, das heißt, wir haben 75 Dollar plus gemacht bei Trade-Ups mal wieder. Aktuell läuft es eh, wenn ihr rechts mal auf die Seite guckt, wir waren richtig viele Minus, wir waren bei Betting auch minus 2000, jetzt sind wir bei Betting schon plus, jetzt sind wir bei Trade-Up langsam wieder Richtung Null unterwegs. Ja, das ist auf jeden Fall auch nice, plus 75 hier am Start. Und ja, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was eure Lieblings-Gamble-Seiten sind. Morgen will ich mal auf viele verschiedene Gambling-Seiten gehen und überall 50 Euro reinschmeißen und dann gucken, wie viel ich plus minus mache. Schreibt auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, was eure Lieblings-Seite ist. Ja, da hat der Jojo 2000 Euro Check-Pock gewonnen und schenkt mir gerade mal 50, wenn die Freunde. Daher kommen die Freunde, das ist real, das ist keine Fake-Story, so ist es gewesen. Oder Burak? Genau. Seht da Freunde, der Burak würde niemals liegen. Der Burak ist wie ein Briefster. Das ist richtig, das ist richtig Karam, so zu mir, Alter. Dafür kommst du in die Hölle, Alter. Ey, ich bin gerade auf der Hellalt-Stufe. Glaubt mir. Ja, Freunde, ich weiß auch nicht, was die da gerade reden. Ich habe keine Ahnung, was diese Wörter bedeuten. Aber lasst ein Like da, schreibt in die Kommentare, was für Gambling-Seiten ich morgen besuchen soll und Schlusswort geht an die 2 Flavina. Like-Button-Fell-Gewaltigen. Jo, haut rein und denkt dran, wer hier der Noob ist, wer hier 5 Purple holt, die man nicht abdracken kann. Ich glaube, da meine Story-Freunde, sie ist wahr. Ich habe keine Ahnung, ob das beschiss ist oder nicht. Ich denke jetzt mal nicht, weil die Seite relativ trustworthy aussieht. Finde ich eigentlich relativ nice, die Seite, aber habe das immer im Hinterkopf. Es ist immer im Favor.